G 3 Aaaaaahhhh So, liebe Leute Wir haben jetzt das Auto, wie im letzten Video versprochen, wird das jetzt in unsere Garage eingelagert Und dann hat sich hier etwas festgefahren Bis jetzt ist noch alles super gelaufen, kaum kommt meine Arme an der Aktion Ja, selbst schuldig Wenn du ammoderierst Ja, schon wieder die Aaaaaaah Uuuh, danke schön Wiederher So, also Ja, dann lass mal zurück zur Garage fahren Schauen wir, ob wir das überhaupt einladen Ich muss hier oben fahren, dann ist es ein bisschen schief Wir haben ja gar keine Nein, also ich meine einfach die Spitze des Autos ist ein bisschen sehr links Aaaaaaah Gut, ja Jaaaa, noch ein bisschen Noch ein bisschen, noch ein ganz bisschen Ein Pisschen Piss, verpiss dich Nein, ein Pisschen Äh, für Jamie, was gibt es bei dir so eine Nacht auf, auf was hättest du jetzt so richtig Bock? Auf so eine riesig schöne Magda und das ist was Äh, ein Burger Ist schon? Ich hatte jetzt Bock auf Spaghetti Pesto aah Aber mir gibt es Chili Conkkane Oh das ist ja researchers Moncker Domanda San Oh, nööööööööööö Ah jooöööööööööö. Brian, wir sind aufgestanden, und habe direkt mit GTA angefangen und spieltları sind去 GTA Geil Es ist sehr belastend Und dann habe ich schon drei Videos aufgenommen. Let's go zum vierten. So, Serik. Ja, jetzt kommt der grosse Moment. Ich muss drinnen sitzen. So, viel Spass bei diesem Auto. Gross Moment. Naa. Naaa. Warte. 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 Ich kann es mit diesem Fahrzeug nicht betreten. Du kannst... Was? Schöp, 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 schop, schöp. Aber ich kann es in der Arena-Dingo kaufen. Nene, ne. Warte, versuch jetzt, versuch jetzt, versuch jetzt, versuch jetzt. Okay, warte, fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück, und lass mich mal kurz. Ich versuche, ob es bei mir würde, theoretisch. Ich müsste hinter Arena-Ding kaufen, heißt. Du kannst es bei Self-Andreas auch kaufen. Wieso hast du es nicht früher gesehen? Oh shit! Und dann kann es direkt dort hinlaufen, aber es muss auch dunkelrot sein. Ja. Sonst kann man die Zuschauer nicht verarschen, damit es das gleiche Auto ist. Ah, das ist belastend, das Auto wäre so viel gewesen. Ich könnte genau das gleiche Auto für 15.000 oder so kaufen, ja. Ja, wo denn auf welcher Seite? South-South-South-South-South-South-South-South-South-Andreas. Ja. Dort musst du nach Billig sortieren. Tschüss Auto! Was ist das da? Es ist das! Dunkelrot und... Ich muss weg! Ich muss weg! Ich muss weg! Ich muss weg! In der Zeit, in der wir auf das Auto warten, könnten wir doch mal ein anderes Auto vorstellen. Ich hole jetzt nämlich den Luxo. Hol den den Coxo. Und dann fahren wir zusammen zum Strand runter. Den hier einlagern? Ja. Oder so, ja. Heute im heutigen Video werden wir Masken kaufen. Jaaa. Und den Lastwagen, den wir durch Haaren tunen. Oui. Oui, oui. Das ist jetzt ein Deluxo. Jamie, was ist speziell am Deluxo? Der Deluxo kann nicht fliegen. Auf den ersten Blick ist es ein normales Auto, das ich sehr gut aufgetunet habe. Das ist sehr schnell fährt. Das zurück aus der Zukunft kommt. Ja, stimmt. Aus dem Film zurück aus der Zukunft. Ein normales Auto. Aber was das Auto auch kann, wenn man X drückt, kann man damit fliegen. Wow! Das ist eigentlich das Beste an diesem Auto. Ich glaube, ihr Auto ist angekommen. Lager mir jetzt das hier in. Jaaa. Mein Auto ist nicht angekommen. Ist nicht? Aber ich habe irgend so etwas gehört. Ja, dann wird es jetzt den Grabhausholen ankommen. Dann verlassen wir jetzt nochmal schnell die Agentur. Agentur. Verlass auch noch die Crash. Nichts, was es bringt. Also das Boot eben mit drin ist. Ah, geil. Ah, geil. Dann machen wir eine kleine Spielrunde. Machen wir. Was für? Wolltest du mich jetzt hops nehmen oder was? Nein, ich schaue jetzt mal bei dem. The Law Professor. The Law Professor, ist klar. Aha. Aha. Bis jetzt in deinem Fahrzeug Ding. Jaaa. Hey, das musst du zu weit machen. Komm. Oh shit. Was? Ja, komm. Machen wir doch nicht. Ich habe gedacht, wir können hier den Love Teil spielen. Achso, ich denke, dieses Auto ist richtig. Oh ja, sorry, sorry, sorry. Also das Original-Auto von vorher ist wieder da drin jetzt. Schon ist das Original? Ja, 100% Original. Ich habe ihn angerufen und dann gesagt, ich schreibe euch das Original von vorher nochmal. Okay, voll. Okay, voll. Dann ab zum lieben... Äh... ...mich... ...mensch. Jupp. Geil, Alter. Einfach die Haube, die da drin ist. Das ist die Polizei-Haube. Wo ist da der Mächte? Und dann weiter fü- Ah, der! Ähm! 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 Nein! Ja, gut. Alter! Bei dem ist es ja richtig abgegangen, links. Wie hoch und wie weit willst du fliegen? Ja. Wie hoch und wie weit? Ja. Ja. So, und jetzt, ab geht's. Ah, ich weiss, dass es falsch ist eigentlich in die andere Welle. Aber wir hatten ein bisschen zu viel schon gehabt. Original MC-Auto. Mach das da rauf. Ups. Render! Stürmung! Jetzt schauen wir doch einmal alle. Alle. Jetzt aber. Reparieren! Panzerung! 100%! Egal, das Auto muss richtig Panzer ziehen. Bremsen! Rennbremsen! Egal sicher! Motor! Beste Motor! Sicher! Motorraum! Ous! 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 Serienmässig, oder? Alter! Der, wo am besten ausgesieht! Ich seh es noch schlecht, eigentlich nicht. Ja, man sieht eigentlich gar nichts. Es ist einfach, fast... Es ist eigentlich, sozusagen fast der gleiche Motor. Einfach andere Farbe, ja. Einfach neu. Aber wir brauchen ja keinen neuen Motor. Nein. Allt und verrastet. Ja. Ja, was war das? War das Auspuff oder was? Ja, das ist Auspuff. Eine Seite oder noch eine? Oh, Jamie. Entweder dieser oder dieser. Das sind beide Seiten. Oh, ist das eine oder nicht? Oh, ich glaube, Mary sieht schon geil aus. Ich weiss ja nicht, musst du sagen. Äh. Da kommt noch Mary. Sprengstoff brauchen wir nicht. Nein. Kotflügel. Nein. Ja, Kotflügel, Alter. Schutzbleche. Ja, Alter. Kühlergrill. Ein bisschen etwas geräderisch, komm. Ja, Alter. Nein, 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 nein. Richtig gut aus. Ja, der da. Ja, der da. Motorhaube. Ja, ja. Ja. Ich ahne was. Ja, das ist einfach leiser. 5000, okay. Habe ich gar nichts. Oh. Ja, ja. Aber ich habe keine Worte 90.000 für einen Rubius gegeben. Ja, das ist eine andere Sache. Kühlergrill. Ja, das ist ein zuerst. Das zählt schon nicht zum Schienen. Ja, das ist ein Lerner. Ja, das ist ein Lerner. Ja, das sind alles beschissene Hupen, Mann. Ja, kommt ja lang. Lichter. Scheinwerf. Scheinwerf. Böse. Neon. Unten. Front, Hecken, Seiten. Natürlich, Neonfarbe ist ein schönes Rot. Ganz böse. Schutz vor Diebstahlverlust haben wir ja eigentlich schon, oder? Ja. Lackierung. Primärfarben. Ja, Alter. Mache ich ein matt-rotes, 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 oder? Ja, das kannst du nicht, oder? Matt. Nääääää. Klassisch, jetzt haben wir ein klassisches Rot. Und wenn du Metallic nimmst? Es geht einfach eins genau gleich aus. Nääää, klassisch sieht ein bisschen besser aus. Das ist jetzt so recht, ich finde es nicht. Also, so hässlich. Ich könnte gebürstet das Gold, oder bloß Gold, oder? Ja, Alter. Goldenes Auto, Alter. Das sind 50.000 oder 45.000? Ooooooh. Cool. Alter, sollte das Screw-Auto werden? Hehehehe. Screw-Auto? Ja, weisst du, auf der Seite das Screw-Logo. Sieht irgendwie schon nice aus? Du, ich seh's nicht, also... Ja, komm. Verkaufen will ich es auch nicht. Federung. Der ist ganz tief, Alter. Ja, der ist ganz tief, aber ganz tief. Getriebe, das beste Getriebe. Ey, sicher, das Auto muss tiefer tief. Ladefläche. Oha! Oha, Alter. Hat er das? 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 Oha, Alter, das mit Holz auf der Seite hätte aber schon recht wenig aussehen. Das hat, das sieht halt schon wenig. Ja, komm. Perfekt. 1600, schnell mal die Tür. Turbo. Turbo-Tuning! Ja, 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 Alter. Der macht den... Reifen, Felgen. Ja, nein, die müssen so heissen. Machst du jetzt erst mal die Reifen? Andere Reifen, ich brauche andere Reifen. Ey, die gesehen. Reifen, Muster. Ach, braucht es erst andere Felgen oder was? Also, Luxus-Serie. Ja, geil. So ein richtig altes Auto mit so fucking modernen Felgen. Okay. Ist vielleicht nicht so gescheit Luxus-Lowrider. Was haben wir für Lowrider? Alle so geil Symbol drufen, Alter. Ja, Alter. Na. Hast du das eins nachher gesehen? Nein, da ist das eins nachher. Ich find's... ... ... ... ... Aber die haben schon cool, die gibt's hier aber. Die doch. Machen wir SUV, wie das denn so die Fette am Teilen? Ja, weißt du das gerade gesehen? Hä? Hä? Ganz kurz hast du was drauf gehabt. Ich weiss es auch nicht. Das ist ein SUV. Das eine braucht eigentlich eine alte fette Reife. Das ist so das Ding weiss. Ist schon so. Ah. Strasse. Oh Alter, ja. Veloreifen. Das sagst du, ja. Wollen wir auf die drauf, die jetzt drauf sind? Ja, komm. Aber es wäre schön, wenn es ein bisschen schöner aussehen. Die haben Style. Einmal ein Autowaschalag und dann... Reifenfarbe. Aber ich würde schon rote Felgen fühlen. Ja, dann schau mal... Gelände. Oha. Das hier sind sie ja. Ja. Ein bisschen schöner. Die würde ich fühlen. Easy. Oder was? Ja. Ja, die, ja. Die, ja. Die, ja. Nein, die 1 vorher. Nein, nochmal. Nein, nochmal. Nein, die sind es nachher gewesen. Da, ja, dir. Was haben wir sonst noch? Das ist gut so. Ähm. Felgenfarbe. Hä? Nein, nein. Natürlich. Logisch. Reifenmuster. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. So, sicher. Reifenmuster. Reifenmuster. Da muss auch rot sein natürlich. Roter Reifenmuster. Fenster. Ja, oh, Alter. Ja, ja. Ein bisschen abdunseln. So ist es gut. Ein bisschen, ja. Und dann sind wir durch. Aha. Das ist richtig gewertelt. So, das ist Mission Mobile. Das ist Mission Mobile. So, liebe Leute. So, das heisst jetzt... Alter. Alter, das ist ja gar nicht gut zum Lenken, muss ich sagen. Ich finde es geil. Es ist so geil. Gegen das habe ich ja nichts gesagt. Warte, du hast es schon markiert. Also, liebe Leute. Zuerst einmal... Wir fahren jetzt... von diesem Ding runter. Der Turbosound, Alter. Das ist als richtiger Drift-Auto. Ich weiss noch, wie ich um eine Ecke fahre, Mann. Das geht einfach nicht mit diesem Ding. Es ist ja... Aber ich merke gerade, wenn du um eine Ecke fahre, geht es besser, wenn du dazu wehdrückst und nicht einfach nur um eine Ecke fährst. Okay, schon haben wir noch ein bisschen Bremse. Oh Mann, deine gute alte Musik. Oh Mann, deine gute alte Musik. Oh, deine gute alte Musik. Und du kannst immer wieder scharf um die Kurve fahren. Und dann kannst du einfach einmal... Man... Alter... Fahr... Und dann würde ich auch in die Ecke rumfahren wollen. So, nämlich indem du das... Oh, nämlich indem du das... Und indem du das Leertaste drückst. Das ist nicht gewollt gewesen. Ich habe Leertasten drückt. Okay. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Wenn ich draufstand, farte... Jetzt ruck jetzt. Ruck jetzt. Hey, 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 hey. Hallo. Bye, bye. So, perfekt. Also... Komm jetzt, was für Namen? Emoji? Nein, nein. Jäger? Okay. Tier... Clown, Alter. Nein, das ist auch nicht toll. Tier... Alter. Geschenktes Pferd, Alter. Wir haben ein Pferd. Also, was haben wir noch? Ein Pferd, Alter. Was gibt's Besseres? Hey, müssen wir die Mission zuerst annehmen? Nein. Äh... Also, bei mir ist es... Also, weißt du... Das waren so Gruppen, die ich musste auswählen. Nicht irgendwelche Masken selber. Äh, nein, halt. Gruppe. Eh... Nein, nein, das ist nur... Ich konnte nur die Gruppe auswählen. Ach schon, das habe ich nicht. Ja, okay, dann... Ja, müssen wir nochmal... Ah doch, wähle das Masken-Set, das du beim Diamond Raub-Übfall benutzen möchtest. Du kannst dir... Auch die einzelnen Masken ansehen, bevor du dich entscheidest. Alter! Das Set? Okay, jetzt haben wir's. Du bist ein bisschen dazu genabelt. Take care, friend. Hat er gesagt. So. Jamie... Drück... Oh, Scheisse! Nein! Ja, Mann! Drück Leertasten! Ich würde sagen, unsere Reifen sind ein bisschen kaputt, da sie auch ziemlich schräg sind. Drück mal W und Leertaste. Ja, das ist nicht egal. Und lass mich jetzt die Leertaste los. Jetzt die Leertaste loslassen. Okay, nein, das geht gar nicht mehr. Ja, dann liebe Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Ja. Wenn das Auto wieder ganz ist, wir bringen es jetzt zu der Garage, damit sie es wieder flicken. Jamie, möchtest du noch etwas sagen? Hallo! Willst du noch etwas sagen? Ehhhhhhhhh! Ich habe wieder Tempo gedauert. Ähhhhh! Tschüss! Baba! Baba!